Ich war ja nur ein paar Minuten hier. Die Frau ist auch erst seit ein paar Minuten tot. Wussten Sie, dass die Tote Sie in Ihrem Testament mit 1200 Pfund bedacht hat? Der Häftling ist entflohen. Der Häftling ist entflohen. Ich bitte um Entschuldigung. Entschuldigung? Ach, das ist ja unglaublich. Wie können Sie noch Witze machen in Ihrer Lage? Wissen Sie, was Ihnen blüht, wenn Sie erwischt werden? Überhaupt nichts mehr, es sei denn am Galgen blühen Blumen. Ich kann das nicht komisch finden. Ich auch nicht. Aber ich kann immer noch lachen, weil ich unschuldig bin. Und wenn mich der Köter beißt? Für Verwundung im Dienst kann man ein Streifen bekommen. Was hilft mir ein Streifen, wenn ich keinen Arm mehr habe, an dem ich ihn tragen kann? Das geht doch nicht zu viel. Halt ihn fest. Schön brav sein. Du bestehst also darauf, einen mordverdechenden Mann zu decken? Er ist kein Mörder. Er ist kein Mörder. Er ist kein Mörder. E damit ist kein Mörder. Bis zum nächsten Mal.